Musik Applaus 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 Es ist auch bei uns, wir begrüßen ihn herzlich, Herrn Hannes Müller, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung der Berufsreiter und Leiter der Deutschen Reitschule in Warendorf. Und lieber Herr Michael Thieme, Sie erhalten heute von der Bundesvereinigung der Berufsreiter das Verdienstabzeichen in Gold. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.